Ich habe gesagt, jetzt ist das Turnier vorbei, aber natürlich, ich war ja im Gewinner-Bracket und der Dusk im Loser-Bracket, das heißt, wir müssen ja nochmal ein Best-of-Steam machen. Das Licht wird den Sieg bringen. Das Licht ist mit den Gerechten. Ich Banane, ne? Da müssen wir noch eins machen, da hat der Dusk natürlich völlig recht. Da habe ich komplett, äh, vernachlässigt. Ist jemand verletzt? War ja im Loser-Bracket, da habe ich ihn ja schon reinbefördert. Diesmal fange ich natürlich direkt mit meinem Priester an. Komm, krieg ich die hier durch. Und nichts anfangen kann. Sehr angenehm. Schön on curve bis jetzt. Ich habe keine Zeit für Spiele. Jedes Mal. Jedes Mal. Wow. Gut gespielt. Jedes Mal. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Hört auf mich abzulenken. Äh. Hört auf mich abzulenken. Boah, gegen Sylvanas ist echt mies. Hat er noch das Glück. Oh. Oh. Gesegnet sei dieser Klappen. Oh. Ich habe keine Zeit für das Spiel. Das ist schon wieder vorbei. Das ist schon wieder vorbei. Aber warte, ich tüte die ein. Was meine jetzt? Nix. Nee, nee. Nicht nochmal. Oh jott, oh jott, oh jott, oh jott. Oh jott, oh jott, oh jott, oh jott. Lass mich in Ruhe. Ja. Ja. Ja? Okay, okay, okay. Okay. Nichts, kommt der. Die Drachen! Der muss auf jeden Fall bei mir sterben. Das Spiel beginnt! Gesegnet sei dieser Krass! Zum Glück! Oh Gott, oh Gott! Was? Für die Ehe! Oh! Puh! Das macht das schon verdammt gut! Das macht das schon verdammt gut! Das war's! Ich habe keine Zeit für das Spielchen! Ja, ja! Puh! Auf ins nächste Match! Oh Gott! Und jetzt...